Das Bett und der Sex, das sind ja nur die Krönung von allem. Ich meine, das ist wahrscheinlich letzten Endes das, was in meinem Unterbewusstsein schlummert, was mein Ziel ist. Heiztet das, klammer ich erstmal aus. Aber dieses spannende Drumherum, das ist ein Feuer in mir dann immer. Ja, ich bin süchtig danach, ich bin süchtig danach zu flirten, neue Kribbeln im Bauch zu haben, mich neu zu verlieben. Und wenn ich mit einer Frau, wie gesagt, Heinz, du kennst das, wenn ich mit einer Frau eine Weile zusammen bin und der Alltag ist da, dann zieht mich das hinaus. Und da mache ich auch ja keine Ehe mehr draus. Aber es würde keinen Sinn machen, wenn ich jetzt der Dame meines Herzens oder meiner Angebeteten sage, hör mal zu, im halben Jahr kann das schon wieder vorbei sein mit uns. Und da mache ich большой Kolher. Bun합니다.